Los geht's nicht mehr. Aber ich will nicht. noch gar nicht online, weil ich Wanderung war. Ja, finde ich jetzt auch nicht so. Feiere ich jetzt auch so. Das ist ein Pack. Guck mal. Okay, keiner was anwenden. Dann werden wir jetzt Arena zurückgehen. Jetzt ist es noch acht Tage, bist du live hier denn, oder? Okay, wann ist das, okay? Lure, wann ist das live hier denn? Hä? Leute, wartet mal kurz. Mal kurz 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 kurz. Und jetzt geht's nochmal kurz 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 drüber, was kommen desồn. Ich ‧wann Nicole ist denn das, das Moon Day-Heater? He, wenn ist das in ihrer Ahnung, den zu hauern? Ist das今日? Der sich heute. heute sein. Wir werden jetzt Arena spielen. Ich werde noch Division 7 werden im Stream. Ich hoffe mal ich schaffe das. Der Stream wird jetzt eine Stunde gehen. Und Rift Lul habe ich auch. Aber ich werde diesen Stream 3000 machen. Weiß ich nicht. Denken wir hier oben. Und wir werden jetzt eine Stunde streamen. Ich werde im Stream heute die 3000 erreichen. Dann ne. Im nächsten Stream dann die 4500 oder 4500. Und ich gucke wie verschwitzt die Leute dann sind. Wahrscheinlich denkt ihr euch Bruder, warum landest du so weit aus zusammen? Kann ich das jetzt bringen? Ich finde es so an die Waffe kommen. Hier gibt es nochmal eine Heavy-Zone, aber das finde ich am besten. Ich bin schon mit davon. Ich überlege jetzt, ob ich als erstes die da oben, also der da oben. Das hat super geklappt. So. Das hat gerade vollgeleckt. Es wird noch nicht cool. Okay, lauter. Ich muss hier mitnehmen sonst. Ich brauche auf jeden Fall noch Schild. 3 Die gruppe Spannung ist. Das war's für heute. okay Ich bin hier.. finde ich hier noch ein bisschen shotgun Schütteln. Komm, Schütteln. Noch mal Schütteln. Ah, meiner hat immer automatisch aufzusprinten. Und das liegt wahrscheinlich, weil ich so lange keinen Fortnite mehr gespielt habe. Das heißt, so lange ich aber halt kaum gespielt habe. Cool, das hat nicht nichts. Ich habe das schon Lust. Ich habe das so Lust. Das Traktoren. Und dann... Was ist das? 3 3 3 Ja, was ist das? 60 plus bekommen. Es müssen jetzt nochmal 10 Leute sterben und dann kriege ich 30. Dann müssen nochmal 10 sterben und dann kriege ich auch wieder 30. Dann habe ich es wieder 60 plus. Oh, ich habe schon wieder 10 Euro. Oh, ich bin jetzt nicht so. Oh, ich bin jetzt nicht so. Oh, ich bin jetzt nicht so. Okay. 13 Gegner müssen noch sterben. Hey, hier ist alles... Was sind denn die ganzen Gegner? Es müssen noch zwölf. Ich brauche ein bisschen mehr an Erwin. Also ich finde in der Arena ist das irgendwie blöd, eine bessere Waffe zu machen, weil... ...hat man keine letzten... ...noch 6 müssen die Sterne, oder? Herr 6. 100. Hä? Ja komm, Scheißdruck. Ich bin schon voll. Ich muss noch 4 müssen Sterne machen. Dann kriege ich... ...dreißig plus. Dann müssen noch mal 10 Sterne... ...krieg ich auch wieder 30. Also... Oh no, Digga. Das war jetzt wieder absolut gelost. ... 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 Ruf, einer muss noch sterben, please. Ruf, einer muss noch sterben, bitte. 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 Ach, nicht gut. Ey, Digga, das ist auch wieder der größte. Lapp. Ja, Digga. Ja, Digga. Wie, Digga, Mann, also. Junge, die Wand war noch 5 Meter, Digga. Junge, die Wand war noch 5 Meter von mir entfernt, Digga. Bruder, Epic Games, was macht ihr? Was macht ihr da, Digga? Was macht ihr? Ey, Junge, 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 nee, Alter. Oh, die können nix, die können einfach nix, Epic Games. Oh, Mann. Die können nix, Junge. Meine Fris. Junge, wieso kann man so los sein? Oh, Mann. Ja. Wieso, Digga, wieso ist Epic Games so los geworden in den letzten... Jesus, Alter. Es gibt doch schon wieder Krampf, Digga. Halt das, was ich mach doch ganz dran. Ja, Psycho-Pack, Digga. Epic Games... Mann! Ich, Digga. Tschüss, Leute. Das war's. Ich, Digga.